Er war auch Grenoble bei den vor Olympischen Spielen. Er lag damals am 14. Platz nach der Pflicht, ging mit Start Nummer 4 an den Start und konnte mit einer grandiosen Kürleistung auf Platz 7 aufholen. Es ging dann natürlich die Mär ihm voraus, er sei ein grandioser Kürlauf, aber Pflicht könnte er überhaupt nicht. Wir sind dann nach Grenoble gekommen zu der Olympiade und wir haben gedacht, also ein vollkommener Anfänger in Pflicht wird uns jetzt seine Figuren vorlaufen, das war aber nicht so arg und er hielt sich auch in der Mitte. Er wurde dann Achter in der Pflicht in Grenoble und durch die Kür holte er noch zwei Plätze auf und endete auf Platz 6. Hier liegt Mischa Bettgewitsch auf Platz 7 auf der Pflicht. Dreifacher Tonluft, Sie haben gesehen, mit einem Doppeldreiher hinten nach, das ist das beste Zeichen, dass mit der Drehung etwas nicht gestimmt hat. which ist das beste Zeichen, unter phen� Vielen Dank. Vielen Dank. It's a Salkow, and it's a triple, a very beautiful one too, very nice. From Great Falls, Montana, a Harvard freshman, John Misha Petkovic. Look at that, Axel Sitskin, a fantastic one. Sorry, Chris. It's beautiful. Sixth in the Olympic Games at Grenoble, third last year in the national, second this year, John Misha Petkovic. Mm. Mm. Thank you. Thank you. Thank you. Watch this. Watch this. Beautiful move. Look at that. Line open, Axel Sitskin. Vielen Dank. Let's watch this Russian split. First the split and then the turn. Final move, a flying sit-spin. A very, very theatrical performance, an exciting performance, eh, Chris? Most certainly from out of the west, Great Falls, Montana, John Misha Petkovic, he's delighted all of us many times. A fairer Vergleich ist ja jetzt gegeben, da wir Tim Wood vor ihm gesehen haben. Es fehlt ihm doch noch einiges auf die Reife von Tim Wood. Er ist nicht so kontrolliert. Es fehlt ihm noch diese absolute Sicherheit und Souveränität, die wir bei Tim Wood heute gesehen haben. Aber trotz allem ein ganz hervorragender Kürläufer. Und wieder Dick Button mit seinen bekannten Interviews für die amerikanischen Fernsehstationen. Für die Technik, für den technischen Inhalt. 5,8 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 und 5,7. Vielen Dank.